Ich bin Michaela Wurz und ich bin Michael Wurzer. Gemeinsam musizieren wir als Duo-Ellen. Mit unseren beiden Instrumenten, der B-Klarinette und der Bass-Klarinette, gehen wir musikalisch neue Wege jenseits der herkömmlichen Klarinettenüro-Literatur. Unser Repertoire reicht von spanischer und argentinischer Musik bis hin zu Rap-Time, Walzer oder Cosa-Nova. Wir legen uns dabei nicht auf eine bestimmte Stilrichtung fest und spielen Querbeet durch alle Genres hinweg. Die meisten Stücke arrangieren wir selbst für unsere Besetzung. Dadurch erweitert sich nicht nur die Bandbreite an Musik, die wir spielen können, es entwickelt sich in gewisser Weise auch eine ganz eigene musikalische Sprache. Wenn wir auf der Bühne stehen, führen wir einen musikalischen Dialog, der nicht planbar und nicht vorhersehbar ist. Wir lassen unsere Stücke einfach spontan aus dem Moment heraus entstehen und das Ergebnis ist oftmals ein ganz anderes als noch zuvor im Probenraum. Dadurch, dass wir nur zu zweit sind, können wir uns solche Freiheiten durchaus erlauben und wir genießen es einfach frei, darauf losspielen zu können. Es macht uns unheimlich viel Spaß, so spontan aufeinander zu reagieren und die Stücke damit auch jedes Mal neu zu gestalten. Über unsere Musik und den Klang unserer Instrumente erzeugen wir verschiedene Stimmungen und es ist für uns immer wieder aufs Neue schön zu erleben, wie das Publikum darauf reagiert und sich mitnehmen lässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017